Der Seilzug wird jetzt folgendermaßen benutzt. Wenn du einen Tube hast, einen Teraband, geht das natürlich genauso. Du darfst einmal die Schlaufe oder das Teraband so fixieren, dass du hier freien Spielraum hast. Du kannst natürlich nochmal absichern, indem du hier einmal das Ganze überschlägst und sozusagen sowohl hinten als auch vorne, da musst du dir gar keine Sorgen machen, dass das Band irgendwie wegrutscht oder sonst was. Und dann darfst du wie folgt, es wird eine Art Liegestütze sein mit extremster Reduzierung der Belastung. Ich möchte, dass ihr euch schön gerade mal vor den Seilzug stellt und mal nur solche Art Boxbewegungen macht. Ganz hintergehen, aufrecht bleiben, boxen. Hintergehen, boxen.